Wir werden uns zwei Folgen lang mit Syrien beschäftigen. Ich habe lange gezögert, bevor ich mich dazu entschloss, über die Lage in Syrien zu berichten, denn diese ändert sich ständig und es ist natürlich schwer, neutral und objektiv zu sein. Heute beschäftigen wir uns mit dem Land selbst, seiner Geschichte, seinen Einwohnern, der Wirtschaft, der Nation und den Gründen für ihr Auseinanderbrechen. In einer kommenden Folge geht es um die regionalen und internationalen Auswirkungen sowie darum, wer wen unterstützt. Syrien liegt im Nahen Osten und grenzt an den Libanon, Israel, Jordanien, den Irak und die Türkei. Aufgrund dieser geografischen Lage befindet sich Syrien am Kreuzweg verschiedener Kulturen. Mittelmeerraum, Ägypten, Mesopotamien und Anatolien sowie nicht zu vergessen Persien im Osten und Arabien im Süden. Dadurch war es lange Zeit Ziel von Migrationen, Besetzungen und Eroberungen. Seit dem 16. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung stand es nacheinander unter der Herrschaft der ägyptischen Pharaonen, der Hethiter, der Assyrer, des Perserkönigs Kyros II., des Makedonias Alexanders des Großen, der Römer und der Byzantiner. Dann trat eine neue Religion in Erscheinung, der Islam. Zum besseren Verständnis wählen wir einen anderen Maßstab und zeichnen den Herrschaftsbereich des Byzantinischen und des Sassanidenreiches Anfang des 7. Jahrhunderts ein. Weiter südlich entstand rund um Medina eine neue politische und religiöse Macht, der Islam, die zu regionalen und historischen Umwälzungen führte. Innerhalb von zehn Jahren traten die meisten arabischen Stämme der Halbinsel zum neuen Glauben über. Daraufhin wollte der byzantinische Kaiser den Vormarsch der Muslime aufhalten. Im August 636 kam es zur Schlacht am Jarmuk. Die byzantinische Armee wurde besiegt und verlor innerhalb von fünf Tagen fast 100.000 Mann. Durch die Schlacht am Jarmuk endete die byzantinische Herrschaft über Syrien und der Islam begann sich über die arabische Halbinsel hinaus zu verbreiten. Von 661 an weiteten die Umayyaden das muslimische Herrschaftsgebiet noch mehr aus. Sie machten Damaskus zur Hauptstadt eines riesigen Reiches, das von Spanien bis an den Indus reichte. 750 wurden die Umayyaden von den Abassiden gestürzt und das Zentrum der islamischen Welt verlagerte sich nach Osten. Bagdad wurde die neue Hauptstadt des Reiches und Damaskus war nur noch eine einfache Provinzhauptstadt. Setzen wir unseren Überblick über die syrische Geschichte anhand einer Buchmalerei aus der Geschichte der Kreuzfahrerstaaten des Wilhelm von Tyrus fort. Im oberen Teil sieht man drei christliche Könige, den französischen, den römisch-deutschen und den König von Jerusalem. Darunter greifen ihre Armeen Damaskus an am 24. Juli 1148. Aber nur vier Tage später brachen die Kreuzfahrer die Belagerung wieder ab. Mit dieser Niederlage endete der zweite Kreuzzug und von nun an galten auch die christlichen Königreiche nicht mehr als unbesiegbar. Knapp 50 Jahre später eroberte Saladin, ein Anführer kurdischer Herkunft, der die Muslime aus Syrien und Ägypten vereinigte, Jerusalem zurück. Damaskus wurde unter der von ihm begründeten Ayyubiden-Dynastie erneut Hauptstadt. Wichtig in der Geschichte Syriens ist auch die lange Präsenz der Osmanen. 1516 annektierten diese die Region und blieben fast 400 Jahre, bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Und zu Beginn des Ersten Weltkriegs verbündete sich das Osmanische mit dem Deutschen Reich, was seinen Zerfall beschleunigte. Denn 1916 schlossen Frankreich und Großbritannien für die Zeit nach dem Krieg ein geheimes Abkommen. Die von den Diplomaten François-Georges Picot und Mark Sykes ausgehandelte Vereinbarung sah die Aufteilung des Nahen Ostens in fünf Zonen vor. Diese Karte diente als Grundlage für das Abkommen. Die blaue und die rote Zone sollten direkt von Frankreich und Großbritannien verwaltet werden. Zwei weitere galten als Einflussbereiche. Die A-Zone als französischer, die B-Zone als britischer. Palästina und die heiligen Städten sollten unter internationale Verwaltung gestellt werden. Nach dem Krieg wurden die französischen und britischen Einflussgebiete vom Völkerbund bestätigt, wie in einem zeitgenössischen Atlas zu sehen ist. 1920 wurde Frankreich ein Mandat über den Libanon und Syrien anvertraut, Großbritannien erhielt ein Mandat über Palästina, Transjordanien und den Irak. Die französischen Behörden teilten ihr Einflussgebiet alsbald auf und es entstanden mehrere sogenannte Staaten. Der Staat Groß-Libanon, der Staat von Damaskus, der Staat von Aleppo, der Alawitenstaat, 1921 der Drusenstaat und 1923 der Santschak-Alexandrette. Für die syrischen Nationalisten bedeutete diese Aufteilung das Ende ihres Traums von Großsyrien. Außerdem wurde 1926 aus dem Staat Groß-Libanon die Libanesische Republik. 1939 überließ Frankreich den Santschak-Alexandrette der Türkei, um sie von einem Bündnis mit Nazi-Deutschland abzuhalten. Das französische Völkerbundmandat endete zwei Jahre später, im Jahr 1941, und Syrien wurde 1946 in den heutigen Grenzen unabhängig. Syrien hat also eine lange und komplexe Geschichte, die natürlich zur ethnischen und religiösen Aufteilung des Landes beigetragen hat. Damit kommen wir zur Bevölkerung. Die Syrer sind zu 90% Araber. Dazu kommen Kurden im Norden des Landes und Armenier, vor allem in Aleppo und Damaskus. Die Mehrheit der Syrer sind Muslime. 70% sind Sunniten und 3% Schiiten. Dazu kommen Christen und Drosen. Und schließlich die Alawiten, die 13% der Bevölkerung ausmachen. Sie haben sich von den Schiiten abgespalten und werden sowohl von den Sunniten als auch von den Schiiten verachtet und als Heretiker angesehen. Trotzdem herrscht in Syrien seit 1971 die alawitische Familie Assad, also seit über 40 Jahren. Wie kam es dazu? Ein Mitglied der Familie, Hafiz al-Assad, trat als 16-Jähriger in die kurz zuvor gegründete Ba'ath-Partei, die Arabische Sozialistische Partei der Wiedererweckung, ein. Danach trat er in die Armee ein, da er als alawit nur so studieren konnte. Er stützte sich teils auf die Politik, teils auf das Militär und setzte nach und nach seine Ansichten durch, zunächst Anfang der 60er Jahre in der Ba'ath-Partei und anschließend auch in der Armee. 1964 wurde er Chef der Luftwaffe. Zwei Jahre später wurde er durch einen von der Ba'ath-Partei durchgeführten Putsch-Verteidigungsminister und schaltete auf seinem Weg an die Macht nach und nach alle, auch alawitischen, Rivalen aus. Am 13. November 1970 gelangte er, erneut durch einen Staatsstreich an die Macht, und versprach, die vorangegangenen Auswüchse zu berichtigen, was ihm eine gewisse Beliebtheit einbrachte. Am 12. März 1971 wurde er in allgemeinen Wahlen zum Präsidenten Syriens gewählt. Es folgten 30 Jahre autoritäre und repressive Machtausübung, deren schrecklichste Episode 1982 die Niederschlagung eines Aufstandes der Muslimbrüder in der Stadt Hama war. Etwa 200.000 Menschen sollen damals getötet worden sein. Als Safis al-Assad im Juni 2000 starb, trat sein Sohn Bashar die Nachfolge an. Seitdem hat sich die Lage des syrischen Volkes weder wirtschaftlich noch im Hinblick auf die Grundrechte verbessert. Und so begannen die Syrer im März 2011 als Reaktion auf den arabischen Frühling für Demokratie und Freiheit zu demonstrieren. Für die Proteste gibt es mehrere Gründe. Der erste ist die Jugend. 1950 hatte Syrien 3 Millionen Einwohner. Heute sind es 22,5 Millionen, von denen 56 Prozent unter 25 Jahre alt sind. Der Alphabetisierungsgrad beträgt 95 Prozent, aber die Schulen und die Universitäten sind überlastet und die jungen Menschen finden nach der Ausbildung keine Arbeit. Ein Drittel der unter 25-Jährigen ist arbeitslos. Ein zweiter Grund ist die wirtschaftliche Situation. Syrien ist vor allem ländlich geprägt und die Landwirtschaft macht fast 23 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus. Außerdem verfügt das Land über Erdöl und Erdgas. Aber trotz mehrerer Liberalisierungsversuche kamen die verschiedenen Regionen des Landes nur in sehr unterschiedlichem Maße in den Genuss der wirtschaftlichen Entwicklung. Das führte zu einer Kluft zwischen den industriell geprägten Großstädten und den anderen Städten und Regionen, die von der Zentralmacht vernachlässigt und von der wirtschaftlichen Entwicklung ausgeschlossen wurden. Diese Städte befinden sich vor allem in den von Sunniten und Schiiten bevölkerten Gebieten. Und besonders in diesen Gebieten begann die Bevölkerung schließlich zu protestieren. Der Aufstand begann am 15. März 2011 in Dara. Die landwirtschaftlich geprägte Stadt gehört zu denen, die von der wirtschaftlichen Liberalisierung Ende der 90er Jahre ausgeschlossen waren. Anschließend weiteten sich die Proteste auf andere Städte und Vorstädte und schließlich auf das ganze Land aus. All diese Elemente verdeutlichen, dass der Aufstand nicht aus dem Nichts entstand und weder auf einem Wutausbruch noch auf einem Gewaltstreich beruht. Die Gründe sind das junge Durchschnittsalter, die gute Schulbildung, die hohe Arbeitslosigkeit und die Kluft zwischen Regionen, Städten und Landgebieten sowie zwischen den Alawiten und den anderen Konfessionen. All das erklärt, wie der Funke übersprang und einen Flächenbrand auslöste. Nur führt im Gegensatz zu Tunesien, Ägypten, Libyen und Jemen der Aufstand nicht zu einem Sturz der Regierung. In einer kommenden Folge werde ich zu erklären versuchen, warum die regionale und internationale Situation rund um die syrische Tragödie so kompliziert ist, warum eine militärische Intervention so schwer zu planen und durchzuführen ist und wer wen aus welchen Gründen unterstützt. Zum heutigen Thema empfehlen wir die Ausgabe der Zeitschrift L'Histoire von Mai 2012 und Ciri, L'Etat de Barbarie von Michel Seurat. Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF